was geht ab leute hier ist euer junge noch mal was geht ab leute hier ist euer junge und wir zocken ein bisschen erst mal ich muss sagen es tut mir leid leute ich habe euch ein bisschen vernachlässigt ich hatte so viel zu tun und so vorweiner stress und geschenke einkaufen für die freunde und für die familie eigentlich nur für die familie und für die freundin da blieb leider nicht viel zeit für youtube ganzen tag arbeiten und dann noch geschenke einkaufen und zocken und so und so war das dann natürlich heute 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 wie liebe leute spielen wir die resident evil 7 demo ok ich würde sagen es geht los ich bin mir nicht sicher ob der erste spiel durchlauf auch schon gespeichert hatte ich habe gerade die hässliche maus weg ich habe angst mal gucken leute so ist doch schöner man kann so nicht richtig schneiden oder was du alle piflize oh 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 wer war denn da wir wissen es nicht mal gucken wir können ja gleich nachschauen ob das jetzt der zweite durchlauf ist oder der erste entkommen sie aus dem haus ok guck mal hier das ist die familie da war die noch jünger das ist papa das ist söhnelein das ist doch da und die kann mich am arsch lecken doch geht ich meine dass das jetzt das auch gewesen sein muss für den zweiten durchlauf doch nicht äh oder doch 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 klar hier ist die sicherung hier liegt die sicherung ok so machen wir das obwohl das unnötig ist aber egal wir machen es einfach mal wollen wir hier auf dem wollen wir wollen wir mal klavier spielen oh richtig schön monschein sonata ja du dann dann nicht ne wer hat der hat kann die anderen sagen du ok holter die polter da ist ja mal die treppe hochgegangen ok also hier ist erstmal nichts ich glaube wir müssen jetzt einmal die treppe auch wieder hoch oh what the fuck war das jetzt von oben ja habt ihr das ach du scheiße was warte mal habe ich sie nur gerade nicht gesehen achso ok ich dachte hier wäre die dritte auch weg aber nein das ist so nicht die der soundtrack glaube ich ein bisschen böse gerade ok stairs come on und ihr macht das lieber nicht ey so wollen wir mal gucken was hier oben so abgeht da bist du mir voll die scheiße das habe ich doch im urin ey ok ok hier geht es nicht weiter oh oh man oh man oh man oh man oh man ich ich bin ein wenig verängstigt ne dude stehst du so chillig mit deinen müppen hm dann bestellen wir heute wohl keine pizza ein foto wow seht ihr das ich kann gar nicht so um schade umbrella oh oh und ein koffer und ein bett oh ein schickes bett da würde ich auch mal gerne nach drauf ratzen ich die tüche auf ja ne geht nicht schade schade schokolade wollen wir mal gucken hier oben durchs fenster zu gehen verschlossen naja dann nicht boah was ist denn los mach das nicht mehr also hier war jetzt ungefähr nichts ja oh diese Dinger hier ne wow wer hat denn jetzt die da unten weggepackt das gefällt mir gar nicht eieieieiei mal gucken ob hier irgendwas drin ist ist da was drin? ne aber da könnte was drin sein theoretisch dafür muss man nämlich äh wenn man das videotape spielt im ersten teil ich hoffe ihr habt das schon alle gesehen ähm dann muss man die schränke öffnen und danach wenn man da noch mal durch geht also im echten Leben quasi boah ha ha eieieiei dann ist da was Und zwar Eine Axt, eine Axt ist da, genau, eine Axt Die bräuchte ich ja Eigentlich Verfallenes Haus Wollen wir uns das mal angucken Das ist nämlich das Videotape, was ich meinte Geh weg Ziemlich unlecker Würde ich mal sagen Das Licht flackert auf einmal Okay Das Scheint dann wohl Üblich hier zu sein Ne So Wir wollen keine 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 Dings hier abspielen Okay Derelict House June 1 Derelict House Rehearsal 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 Oh Motherfucker Ich hab mich schon wieder Verjagt Ja ich bin Profi Amarillo Das war zwei Jahrzehnte Ich mach nicht ADR Passt mal auf Leute Ich weiß wo hier ein Geist ist Zumindest einer Gehe ich jetzt hier lang Und gleich Oder Dann Da so Da so Da so Ist ja gleich ein Geist Ist ja einer Ich weiß nicht Oh das ist nur im richtigen Moment Oh ich weiß es nicht Ne Ich glaub Komisch Also ich Hätte jetzt gedacht Dass da Ist ja ein Geist Ne Okay Oh du bist so nett hier Hier Wo sind wir in hell This time Do you ever prep What's the prep Shitty house Spooky sounds Ooh is it haunted Fuck me I was an anchor You know We can't sub Not anchor What's that Nothing What's the story Andre Abandoned farmhouse Missing family Foul place Expected The usual Also irgendwie Haha Ich hätte jetzt gedacht Dass ich mal ein paar Geister sehe Aber es ist anscheinend Voll schwer Clancy Get a shot Of this Let's make a great Cutaway So uh Hillbilly Joe And his family Go missing Not hillbillies The bakers Jack and Marguerite Baker And they were quiet Not backward A lot of bad rumors About their son Lucas Bad seat Apparently Ah shit I knew I shouldn't Wore my good shoes Oh shit Hey Can we not do it I thought I had my shots Although This would make a great backdrop Andre What do you think Andre 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 Clancy You see where Andre went Is he going Ghost Ghost Where is he Un-fucking-belie Ah Un-fucking-belie I have seen I have seen I have seen I have seen I make a lot of Rückspur And zoom And shit And then You will see Oh Geil Da Da Gesehen Haha Habtisch Gesehen Was war Was war Was war Trotzdem Gruselig Boah Würde ich mich In so einer Bude Hier Ne Ne Würde ich nicht N-n Ich würde hier nicht rumgeistern Wo bist du Andre Moment ich hab was vergessen Ah ich hab was vergessen Muss was machen Muss was machen Muss was machen Achso das war einmal hier ducken Und da hinter gucken Ne Wo war das denn hier hinter Auch nicht Hier hinter Da Schaut mal einer guck So Jetzt kriegt das nämlich auf Mit dem Dietrich So Und wenn das Ding jetzt offen ist Kann ich das nach dem Videotape Äh Mir einmal anschauen Boah ist das gruselig so alleine Oh mein Gott Ich bin ja schon da Ich bin ja schon da Alles gut Alles gut Yeah Nein Komm doch Mein Freund Komm doch Komm Ja So ist fein Bisschen ganz feiner Und jetzt schaut mal Wenn ich mich gleich umdrehe Oben Also da wo er jetzt so stand Schaut euch das mal an Das gleiche Geist Da Da war er Glaube ich Oder Weiß ich nicht Also das sollte eigentlich Einer gewesen sein Aber gucken Ich bin mir gerade echt nicht sicher What the fuck Schon ein bisschen feucht der Keller Oder Ich werde dich In den Steinen zerschmettern Boah Das ist so creepy So genau Jetzt kann ich dir die Axt holen Jetzt kann ich dir Axt holen Eieieieiei Da nämlich Schaut euch das an Bam Sehr schön So und jetzt Habe ich eine Axt Kann ich hier jetzt irgendwas Neues machen Oder Pistolen Munition Das Ding habe ich auch noch nicht Krass meine Bude ey Das verstört mich so Aber sieht schon ganz gemütlich aus Ne Leeres Notizbuch Vielen Dank dafür Das habe ich unbedingt gebraucht Da ist nix Das ist lag Da ist was Okay Ähm Wo kriege ich jetzt den Schlüssel her Das ist die Frage Ah da So war das Okay Ist natürlich auch schön Dieser Penner Geht ja einfach hier rum ey Als wenn nichts gewesen wäre Ich sprinte mal so ganz langsam Haha Ich sprinte langsam Oh das ist das Oh So weit war ich schon mal So nutzen Okay Ne Ich muss das anscheinend Äh So platzieren Äh Ne So klappt das nicht Achso Das Ach das ist der erste Durchlauf quasi Oder Ich weiß es nicht Es ist so Oh merkwürdig Alter Warum hat sich hier noch alles bewegt Oh mein Gott Oh mein Gott Fuck Das haben wir ja irgendwie Ein bisschen vergessen Hm lecker Das war also der Schlüssel Ich bin schon wieder in der Familie Verdammt Irgendwie Oh das war das mal nicht gespeichert Ich weiß es nicht Aber ich meine Ich habe den ersten Teil schmal gespielt Oder We gotta get the hell out of here Come on Schlechtes Ende Perfekt Wieso kommt das Spiel später in Japan raus Wo es eigentlich entwickelt wurde Und bei uns früher Das ist echt merkwürdig Aber naja So ist das ne Also kann man nichts machen Sehr gut Doch mach ich Doch mach ich Mach ich Ich trete dir der Botschaft von Rise of the Evil bei Äh Kaufen Joa Aber nicht jetzt Ha Ja Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch Ähm Ich hoffe ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei Und das Ding Das müsst ihr euch auf jeden Fall vormerken Weil Das wird glaube ich richtig rocken Das ist Outlast Niveau Das ist Keine Ahnung wie PT am Ende ausgesehen hätte Aber ich würde sagen Das ist auch PT Niveau Ne Also zumindest die Demo Geht in diese Richtung Und das ist die richtige Richtung Finde ich für Horrorspiele Merkt euch das Das Ding wird richtig Richtig fetzen Äh Ja Sonst Sage ich wie immer Vielen Dank fürs Zuschauen Leute Ähm Schaltet das nächste Mal wieder ein Wenn das heißt Und äh Bis dann Stay fruity Euer Fruity Gaming Ja Järiär Produced by Display Sound Läu Wireti